Herzlich willkommen bei uns an der beruflichen Schule in Schamberg. Mein Name ist Axel Rombach, ich bin der Schulleiter. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und ich Ihnen die Schule zeigen kann. Wir werden gemeinsam auf Tour gehen. Kommen Sie mit! Wir beginnen unsere Tour in diesem Klassenzimmer. Hier werden die Theoriefächer unterrichtet. Englisch, Deutsch, Mathematik, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Religion und so weiter. Die Klassenzimmer sind bei uns ausgeschaltet mit einer Tafel, mit PC und Dokumentenkamera, aber auch mit WLAN, so dass wir das Tablet im Unterricht nutzen können. Das WLAN funktioniert bei uns sehr gut. Ich zeige Ihnen jetzt die Industrie 4.0 Anlage. Hier werden die Technikerinnen und Techniker unterrichtet. Herr Michael Heinzmann ist hier der Abteilungsleiter und betreut diese Schulart. Ja, wir sehen hier unsere Industrie 4.0 Anlage. Sie zeigt den Schülerinnen und Schüler, insbesondere der Technikerschule, reale automatisierte Montageprozesse. Sie lernen dabei die Kommunikation zwischen Hardware und Software. Wir bereiten damit die Schülerinnen und Schüler optimal und praxisnah auf die Anforderungen der Industrie vor und sind dabei auf dem aktuellsten technischen Stand. Ja, wir sind zurück an der Mensa. Sie sehen hier die Mensa im Innenbereich. Ein sehr heller, sehr freundlicher Raum. Hier kann man sich gut aufhalten, hier kann man sich erholen, hier kann man Pause machen, man kann auch etwas essen und miteinander reden. Ich hoffe nun, dass wir Ihnen unsere Schule zeigen konnten, die verschiedenen Räume, die Möglichkeiten, die wir bieten können. Sie zeigt nochmal die Vielfältigkeit der Schule und ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute bei der Wahl des richtigen Bildungsweges. Wenn Sie dennoch Fragen haben sollten, melden Sie sich bei uns. Gerne beraten wir Sie auch weiter. Dankeschön für die Begleitung und alles Gute. Tschüss zusammen. Musik